Hallo und habe die Ehre und Servus meine guten Gruppenfreunde, hier soll ja so oft ein missverstandener Abon, aber scheiß drauf, wir machen weiter Leute, wer es checkt, was ich vermitteln möchte in den jeweiligen Themen und in meinen jeweiligen Aussagen, der checkt es halt und wer nicht, der soll sich das Video halt zwei oder drei oder vier oder fünfmal sich reinziehen, danke für die Watchtime. So und wenn wir schon mal da sind, danke für den Algorithmus Push, Like, Kommentar, Abo, Glocke, weiß der Geier was, ihr wisst Bescheid, es ist nicht ohne so ein Channel aufrecht zu wollen. So Leute, ihr kennt meinen Channel und wenn ihr meinen Channel noch nicht so kennt, dann wisst ihr, dass ihr alles News-Technische, was wichtig und relevant war, Fundamental, Partnerschaften, Team und so weiter, Chart-Analyse technisch auch schon, mindestens zurückgehen könnt bis eineinhalb Jahre rund um HBAR, Algorand, XTC, XRP und auch Casper. Aber Fokus liegt auf HBAR, Algorand, XTC und XRP und natürlich generell die relevantesten Crypto-News, DLT-News der letzten zwei Jahre eigentlich, könnt ihr hier auf meinem Channel euch rückwirkend natürlich anschauen, wenn ihr natürlich interessiert seid bezüglich HBAR, XRP, XTC, Algorand und so weiter und so fort. Und deswegen dürfen natürlich auch die letzten Tage, wo ich im Urlaub war, nicht fehlen rund um HBAR, deswegen heute ein HBAR-Video, also lasst uns gleich reinfetzen. Freunde, ganz kurz natürlich, bevor wir anfangen, ihr kennt meinen Partner CoinX, die Börse, die ihren Sitz außerhalb von Europa hat, das kann uns noch zugutekommen. Gute und einfache Benutzeroberfläche, also gutes User Experience, ihr bekommt mit meinem Link, den ihr unten in der Videobeschreibung findet, 10 USDT nochmal geschenkt und 20 USDT Future Trading Bonus, alles was ihr dazu machen müsst, findet ihr sowieso hier im Link unten, wie gesagt, verlinkt in der Videobeschreibung. Ebenfalls 100% Proof of Reserve natürlich, hohe Liquidität, was natürlich gut ist bei den Trades zum Beispiel, also keine Scamwigs, wenn ihr hier auch traden möchtet, easy Ein- und Auszahlung, also Leute, die zentralen Börsen sowieso nutzen Mittel zum Zweck und da ist CoinX wirklich, wirklich richtig gut mit dabei. Spot Future und auch, was ich richtig interessant finde, hat man hier bei Finanzen, Staking-Möglichkeiten und am Impulse, ja, 50% Vorteil bei der Bearbeitungsgebühr zum Beispiel. Lest euch da durch, falls ihr euch registrieren möchtet, unten findet ihr meinen Link. Ja Leute, ich habe hier damals geschrieben, weil viele immer sagen, nur XRP hat Probleme, Leute, wacht mal auf aus eurer Blase. Nicht nur XRP hat Wehwehchen, genauso, genauso hat jedes andere Projekt ihre Wehwehchen, mal sind es die Market Maker, mal sind es die Venture Capitals, also die Big Big Player, die sich natürlich mit den Stückzahlen, also mit dem Spot sich spielen, mal sind es die Foundations, mal sind es die Co-Founder oder mal sind es halt dann tatsächlich die Community. Auch Fundamentals, also sehr, sehr, sehr viele Wehwehchen, überall bei jedem Krypto-Projekt, was halt so, ob wir es glauben oder nicht, noch immer in den Anfangsschuhen einfach wir stecken. Gesamt DLT, ne? Also, worum geht es? Ich habe geschrieben, ich als großer Heterio-Investor schaue daher auch hier kritisch auf diese Punkte, genauso wie ich kritisch auch bei manchen kritischen Punkten halt bei XRP schaue, zum Beispiel, weil mir natürlich auch an meinem XRP-Investment was am Herzen liegt, natürlich an meinem Investorenherzen, ich hoffe, ihr wisst, was ich hier meine, liegt genauso viel natürlich bei HBow und Algorand und so weiter. Und deswegen betrachte ich das auch kritisch und bin kein Perma-Bär, aber auch keiner, der alles schön redet, ja? Die Mitte macht's aus, Leute. Danke geht raus an unseren Präsidenten Charles Atkins, der nun die Kritikpunkte der Community zusammengefasst hat und diese hoffentlich auch angehen werden, habe ich hier geschrieben. Die Community hat vieles bemängelt. Was sind diese Punkte? Transparenz und Verantwortlichkeit, überhöhte Zahlungen an Führungskräfte und Community-Beteiligung. Ja, also die HBow Foundation soll hier sehr vieles an die Co-Founder übertragen haben an HBow und diese dann wieder gedammt haben, also die Co-Founder. Wenig Community-Beteiligung natürlich und wenig Transparenz und Verantwortlichkeit. So, Initiativen werden somit gestartet, um das Vertrauen wieder herzustellen, so schrieb es unser Charles Atkinson. Überprüfung der Vergütungspraktiken sollen diese Punkte dann sein. Klarere Vision für die Zukunft des Hedera-Netzwerks. Fokussierung auf Web3-Entwickler und Nutzer. Aber da ist, wie ich finde, Hedera brutal richtig stark dabei bei fast jedem Indikator oder Tabelle. Verbesserte Kommunikation zum Beispiel, ja? Und ich zitiere, die Herausforderungen als dezentrales Ökosystem bieten die Chancen für einen Neustart. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam ein stärkeres Hedera-Netzwerk aufbauen können. Leute, das ist Beschlichtigung der Community für meinen Geschmack. Auch hier nochmal die HBAR Foundation selber hat hier getwittert. Die HBAR Foundation hat ein Pilotprogramm gestartet, um den Prozess der Antragstellung für Fördermittel transparenter, klarer und kollaborativer zu gestalten. Ja, also die HBAR Foundation spürt schon den Druck von der Community. Es werden zwei erste Ausschreibungen für Kreditmarktentwicklung und Liquidität veröffentlicht. Teams können sich bewerben und die Community kann öffentlich Feedback geben, das bei der Entscheidung über die Mittelvergabe berücksichtigt wird. Ja, also hier nimmt man dann schlussendlich diesen einen Punkt hier mit. Mehr Community-Beteiligung. Das Pilotprogramm ergänzt den bestehenden Förderprozess, um eine stärkere Zusammenarbeit und bessere Lösung für das Hedera-Ökosystem zu fördern. Basen des Förderprozesses beinhalten Bewerbung, Überprüfung und Entscheidung sowie Lieferung mit mehr öffentlicher Transparenz und Einbindung. Ja, auch dieses Thema habe ich zum Beispiel bei XRP bemängelt oder bemängeln wir sehr viele aus dem XRP-Community oder Army. Dass Ripple zum Beispiel nicht viele fördert, nicht viele Projekte fördert und wenn dann auch nur, wenn sie selber da irgendeinen Anreiz spüren und so ähnlich dann halt ihr auch dementsprechend bei Hedera. Und deswegen hat man hier die Community auch mit reingezogen oder wird man mit reinziehen. Und wenn jetzt zum Beispiel sehr viele halt irgendein Projekt nehmen, dann hoffen wir, dass hier da auch dem jeweiligen Projekt, was die Community auserkoren hat, dann auch geholfen wird, natürlich finanziell. Aber wieso für mich, dass eher einfach, ja, mehr irrelevant ist das Ganze. Jetzt mal ein bisschen Klartext, Leute, was meine Gedanken zu diesem Ganzen sind. Manchmal wird die Community überschätzt, ja. Ach, alles klar, dezentral, ja, und aus der Community, hier und da, Validatoren, Knoten, pipapo. Jedes Projekt ist anders aufgestellt, jedes Projekt ist anders aufgestellt bezüglich der Community. Manches ist mehr Community-elastiger wie das andere. Bei Hedera, Hedera ist ein Enterprise-DLT, ein Enterprise-Projekt für die institutionellen Leute. Deswegen haben wir ja zum Beispiel noch keine Community-Knoten. Die Validatoren sind Big, Big-Player, milliardenschwere, globale Unternehmen. Wer mich verfolgt oder Hedera verfolgt, der weiß, wovon ich spreche. Und dementsprechend konzentriert man sich auch auf, ja, Enterprise, Enterprise-Klasse, auf die Big, Big-Player. Und ich finde die Struktur, wie Hedera das macht und wie wir aufgebaut sind hier bei Hedera, dass das für mich einfach auch Sinn ergibt. Ich verstehe natürlich auch die Community, wozu ich auch reingehöre, Hedera-Community, dass man hier aufgebracht ist. Ich habe da auch mit so einem Auge geschaut, okay, gut, das muss jetzt natürlich nicht sein, dass man hier Geld bei den Co-Foundern und weiß der Geier, welchen Verantwortlichen hier noch unter den Arsch schieben möchte. Das muss jetzt natürlich nicht sein, aber im Endeffekt macht man hier trotzdem alles wie bisher wunderbar und das Ökosystem gedeiht dementsprechend natürlich auch. Deswegen hier ein bisschen für meinen Gedanken. Ja, das sind meine Gedanken, meine Gefühle, mein Verständnis zu diesem Thema. Alles, was ich hier sage, entspringt aus meinem Kopf, ja. Und für meine Gedanken, sage ich jetzt einfach mal, ist das ein bisschen von der Community zu hoch gepusht worden. Hier, damit sprechen wir zum Beispiel dann auch von Kryptonik Bull. Ich habe schon lange nicht mehr über H-Bar gesprochen, leider gibt es nicht viel zu erzählen. Naja, eigentlich schon. Und ich habe in den letzten drei Monaten die Hälfte meiner Taschen, also Bags, verkauft. Die habe wahrscheinlich ich aufgekauft. Es gibt viel Negativität um H-Bar und wie Sie sehen, ist es jetzt nicht mehr unter den Top 40. Das Team hat uns gewaltig im Stich gelassen. Deswegen sage ich euch, Leute, es gibt bei jedem Projekt Leute, die einfach verzweifelt sind, die einfach anders denken wie du oder ich und einfach einen anderen Zeithorizont haben. Was interessiert es mich jetzt, dass wir nicht in den Top 40 drin sind? Was interessiert es mich jetzt, dass der Preis von 11 oder 17 Cent zurück auf 7 Cent gegangen ist? Ich kann wieder DCA machen, weil ich nur bis 10 Cent, also unter 10 Cent mein DCA mache. Dann haben wir natürlich John Wingate und Leute, die natürlich Ahnung von der Materie haben. John Wingate ist der CAO von BankSocial. Ich habe euch BankSocial hier schon mal vorgestellt. So revolutioniert BankSocial mit Google Cloud, IBM und Hedera den Echtzeitzahlungsverkehr. Hier mit Paint gemalt, sehr schön. Schaut euch unbedingt dieses Video nochmal an. Unten verlinke ich es euch nochmal in der Beschreibung. Und was hat hier der John so gesagt? Andere Bauherren, ja, also andere Developer, Builders, rufen zum Boykott von H-Bar auf. Wir sagen ihnen nicht, was sie tun sollen. Ja, ist ja logisch. Wir sagen ihnen einfach, was wir tun, also was sie hier tun. Und sie bauen auf, Leute. Quadrupling down. Hedera ist das Enterprise DLT. Was ich euch erklärt habe. Du weißt es. Wir alle wissen es. Unsere institutionellen Partner wissen das. Um das geht es. Um das geht es. Und nicht um die Mehrheit der Communities, die immer nur preisfixiert sind. Also die Mehrheit zumindest. Wie gesagt, eher geht raus an die Ausnahme. Und einfach einen anderen Zeithorizont haben. Einen viel, viel, viel kürzeren. Und da ist man schneller gefrustet. Was mich und die Meinen betrifft. Rebuild. So soll es sein, Leute. So soll es sein. Das wünsche ich mir bei Hedera. Das wünsche ich mir bei XRP. Bei Agron, bei XTC. Bei allen von meinen Bags, die ich halte. So, zweites Thema, Leute. Die Veröffentlichung dieses zweiten Themas, was ich für euch hier heute parat habe, war vom letzten Jahr, 2. August 2023. Hyundai Motor und Kia haben ein CO2-Emissionsüberwachungssystem eingeführt, das auf der Hedera-Blockchain basiert. So hieß es damals. Was brutal fetzengeils, Leute. Also das ist der Wahnsinn. Dieses System ermöglicht die transparente Messung, Verifizierung und Berichterstattung von CO2-Emissionen über die gesamte Lieferkette hinweg. Einschließlich Rohstoffbeschaffung, Herstellungsprozess und Produkttransport, Leute. Also Hyundai und Kia, das sind keine Autolieferanten oder Autobauer, die nur ein Dorf beliefern, sondern halt weltweit. Und die haben sich für Hedera entschieden. Ja, auch nochmal die neueste News. Ja, hier hat er geschrieben am 3. Juni, wo es heißt, ich habe letztes Jahr eine Frage gestellt und nur wenige haben sie verstanden. Und heute, also jetzt, aktuell, haben Hyundai und Kia ihre Lieferkette mit der Leistung von Hedera auf HBAR und AI, künstliche Intelligenz, noch dazu, für ihr Supplier-CO2-Emissionen-Monitoring-System gestartet. Genau wie hier in den News von damals 2023 wir es lesen durften. Billionen von Dollar werden über regulierte Netzwerke online gehen. So, Leute, und hier der CAO von Swords, Eric Piscini, lässt ein paar Alpha-News fallen, heißt es hier, was wir mit Hyundai und Kia gemacht haben, ist, dass wir jetzt 26 verschiedene Lieferanten in ihrer Lieferketten in das Hedera-Netzwerk integriert haben. So, jedes Mal, wenn ein Produktionsereignis stattfindet, wird es auf Hedera erfasst, Leute. Das habe ich für euch natürlich gedippt. Let's fährt's rein. Was wir gemacht haben, und dann Kia, der Autohersteller, richtig? Also, was wir mit ihnen gemacht haben, ist, wir befinden uns im Prozess. Und es läuft jetzt beim Onboarding. Ich glaube, es sind 26 verschiedene Zulieferer für Hyundai und Kia in deren Lieferkette im Adara-Netzwerk. Also, immer, wenn es ein Ereignis gibt, das mit einem Teil verbunden ist, das für ein Auto oder Fahrzeug benötigt wird, der Transport dieses Teils, die Herstellung dieses Teils oder die Montage eines Teils des Autos, bevor das Auto zusammengebaut von Kia und Hyundai, jedes Ereignis wird festgehalten. Jedes Ereignis wird festgehalten, Leute. RWA, Tokenisierung, CO2-Emissionen, Lieferkettenrückverfolgbarkeit. Leute, Hedera mit seinem Ökosystem ist hier bezüglich RWA hier so fetzengeil schön aufgebaut. Und es dauert, ja, zwischen diesen News und diesen News, was Sie hier jetzt gehört haben, Leute, ist, ja, ungefähr ein Jahr vergangen. Also, es dauert, es dauert, es dauert. Deswegen verlasst euch auch nie auf News und lasst euch sowieso von News nie sofort beeinflussen. Außer es ist wirklich fundamental verheerend. Alles, was ich euch hier immer wieder sage, egal ob es XRP, negativ oder positiv oder XTC, HBAR, Algorand, Bitcoin zum Beispiel, das ist alles bei mir rational. Bei mir geschieht nichts oder fast nichts, ich bin auch nur ein Mensch, aus reinen Gefühlen, Leute. Also, die schnellste Decks in der Blockchain-Welt, SousaSwap Labs auf Hedera, HBAR, aber ich habe hier schon geahnt, ja, deswegen habe ich hier geschrieben, aktuell kennt, das ist, wer eine aktuellere kennt, her damit mit der Tabelle, weil die ist von 2022. Und zu meiner Schande, XRP habe ich nicht im Hirn gehabt, deswegen, Krippenreiter, Grüße gehen raus, Chain, XRP-Ledger, Decks, Without Smart Contracts dann auch noch, ja, Layer 1 natürlich, XRP-L, Confirmation Time, 4 Sekunden, ja, und SousaSwap zum Beispiel, 8 Sekunden. Und was mir dann halt aufgefallen ist, oder sofort ins Hirn gerauscht ist, wie ein Pfeil, ja, zum Beispiel Phantom, 12 Sekunden, 8 Sekunden, Hedera, 4 Sekunden, XRP, Ledger Decks, und die Größten, ja, die Größten haben über eine Minute oder einfach richtig viel an Confirmation Time, ja, Uniswap, Quickswap, Pancakeswap, ja, und Sunswap, das sind trotzdem die Größten und haben die größere Liquidität, von daher habe ich hier unter Krippenreiters Tweet geschrieben, Ich wusste, es gibt schnellere, ja, finde es lustig und traurig zugleich, Leute, dass genau die vermeintlich schlechteren und langsameren Dexes das meiste Volumen haben und auch keine Abwanderung zu den Besseren passiert. Wieso, Leute? Ja, Krippenreiter hat ja auch natürlich geantwortet, es ist einfach ein Riesendrama, dass kein Trader weiß, dass der XRP ein Limit-Order-Buch direkt nativ auf der Chain zu sitzen hat. Die einzige Erklärung dafür, meiner Meinung nach, ist wie immer das Henne- und Ei-Problem, das XRP-Club, also Zentral-Limit-Order-Buch, hat keine Liquidität, weil die Tokens uninteressant sind, da sie auf Zentral-Exchanges, Tier-1-Exchanges, nicht gelistet sind, Leute. Da könnten wir uns dumm und dämlich sprechen, aber, ja, du kannst so geil und so cool und so schnell und günstig sein, Momentan ist das einfach noch nichts wert. Das XRP-Club hat keine Liquidität, weil die Tokens uninteressant sind. Warum werden sie auf Zentral-Exchanges nicht gelistet? Weil sie keine Liquidität haben, ja, also, wie würden die Tokens liquide und interessant werden, wenn sie auf Zentral-Exchanges gelistet wären, ja, ein Trauerspiel. Meine Gedanken hierzu natürlich auch noch, jeder denkt an XRP und XRP-L, nur an Cross-Border-Payments und Ripple. Und da gehen halt die Projekte einfach komplett unter. Es gibt einfach nichts anderes. Ripple und XRP, ja, XRP-Ledger, alles läuft halt drüber. Und andere Projekte kennen wir kaum. Das ist mein Gedanke noch zu diesem Ganzen hierzu. Also, unsere Anfangs-Geschichte hier. Fastest Texas of the Blockchain World hat hier noch HBAR Shelby hier noch was rausgehauen. Grüße gehen raus, mein Freund. Das könnte sich bald ändern. Ich glaube, dass Chainlink bald mit den Heterra integrieren wird und damit die Türen für den RWA-Handel auf Sourceswap öffnet. Ich verfolge das Team von Anfang an und finde, dass sie wirklich erstklassig und sehr professionell im Vergleich zu vielen sind. Da bin ich natürlich mit dir. Und hier passt dazu ein Heterra-Tweet auf X, Upcoming Session mit Chainlink, Hongkong, 2. August, Unlock Innovations und maximiere Web3-Technologie. Kommen Sie mit den Branchenführern in Kontakt und hören Sie von Ihnen, wie Sie die Transformation des traditionellen Finanzwesens durch innovative Anwendungen von DLD vorantreiben. Mit Vertretern von Chainlink Labs, hier AWS, Heterra und der Hashgraph Association. Also Leute, hier ist immer was im Gange. Hier ist immer was im Busch. Und was hier auch noch im Busch ist und was ich unbedingt hier noch mit hier ins Video als Mindset-Kitzler für euch einfach reinhauen wollte. Hier ist die Rede von XTC. Die Ende der Geschichte, Leute, vorab wegzunehmen. Selbstrecherche soll nie ausbleiben, ZFX. Der Tweet kritisiert, also XTC Foundation kritisiert hier Binance Research und Binance, XTC nicht erwähnt zu haben, obwohl XTC eine wichtige Rolle im Ökosystem spielt. Ja, Algorand und HBow werden übrigens auch oft direkt ausgelassen. Da habe ich euch auch schon sau oft gezeigt. XTC ist das einzige öffentliche Netzwerk mit einer Brücke zu Corda von Insider Air 3. Und das einzige native LR1-Krypto, das Transaktionen auf Corda abwickelt. Das mal, by the way, ja. Es ist in der Plattform Securitize und Trade Finance Distribution Initiative integriert und bietet Zugang zu tokenisierten Assets wie US Treasury Fonds und Gold. Habe ich euch alles schon mal gezeigt. Einfach hier auf meinem YouTube-Channel XTC eingehen. XTC spielt eine zentrale Rolle im Handel und der digitalen Verbriefung und wird in Artikeln von Coindesk und Blogworks behandelt. Ja, die Nichtaufnahme von XTC in die Infografik wird als inakzeptabel angesehen. Ja, also das war hier der Tweet. Der etwas längere, was ich für euch zusammengefasst habe und der Tweet, was kritisiert wird hier von Binance Research, wo hier bei Tokenized Asset Providers hier halt komplett oder RWA Rails einfach komplett XTC zum Beispiel rausgelassen wird. Algorand und A-Sport zum Beispiel auch, ne? Also, es gibt so viele und hier hat zum Beispiel dann auch Jack Daniels, Grüße gehen natürlich raus, habe ich mir auch schon öfter gedacht, warum das so ist. Marketing, gekaufte Plattformen und Journalisten, ja, Journalisten und so weiter. Hier sieht man halt, wie schön der Satz passt, was ich euch gesagt habe. Selbstrecherche soll nie ausbleiben, Leute. Ja, sonst weißt du sowas einfach nicht. Puh, Leute, haben wir wieder was geschafft, oder? Leute, einfach Selbstrecherche, nie ausbleiben. Fokussiert euch nicht nur auf mich, fokussiert euch nicht nur auf irgendeinen anderen YouTuber, fokussiert euch nicht auf eine Plattform, auf einen Indikator. Ich sage es euch immer wieder, links, rechts schauen, ne? Über die Straße gehst du auch nicht nur so, dass du nicht nach links und nach rechts schaust, oder? Weil dann könnte es gefährlich werden. Also, ciao, ciao, wir sehen uns auch im nächsten Video. Bis, bis, euer Amon. Bis, bis, bis.